Jan hat mich angerufen, irgendwann im April, glaube ich. Wir haben zwei, drei miteinander gesprochen und ich kenne die Umfeld mehr oder weniger, auch wenn ich ein paar Jahre nicht hier gewesen war. Aber wie gesagt, die Umfeld kenne ich und natürlich ist eine riesige Möglichkeit hier, auch für die Zukunft, was Hockey angeht, in Hannover. In Hannover nur eine Stunde zu Hause zu fahren, man sieht seine Familie ein bisschen öfter, als übel in dem Eishockey-Geschäft ist. Ja, die Chemie stimmt super in der Mannschaft, jeder kommt super klar miteinander und das ist ein riesiger Grund, warum wir momentan einen Erfolg haben. Jeder weiß seine Rolle, seine Part und das macht den Job für jeden ein bisschen leichter, dass er nicht unbedingt am Alleführer sein muss, macht nur dein Ding und der Erfolg wird kommen. Durch dich und den, gute Zeiten, schlechte Zeiten, die Fans stehen hinter der Mannschaft und das ist nicht in jedem Spielort, leider. Hannover hat seinen Kern von zweieinhalb bis dreitausend Zuschauer und das ist, wie gesagt, das ist einer der Grund, warum ich zurückgekommen bin, weil es natürlich die Euphorie hier, was jedes Wochenende abgeht, ist beeindruckend teilweise. Hugo hat mir auch erzählt, für ein paar Wochen, als der Kontakt zu Sternen gekommen ist, er ist direkt auf unserem YouTube und hat ein paar Szenen angeschaut und hat gesagt, die Stimmung hier ist super und ich habe ihn gefragt, wie kennst du das? Er hat gesagt, ich meine, er macht sich ein bisschen schlau und im Internet und er hat auch das erste war eine super Stimmung und das kommt von meiner Kanadier, die war nie in Deutschland gewesen. Man liegt 2-0 oder 3-0 hinten und schließt das Anschluss, das ist 3-1 und dann kommt die Stimmung und man frisst das ein bisschen, sagen wir mal so und man wird auf einmal ein bisschen starker, ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstsicherheit mehr auf dem Eis und das spielt eine riesen Rolle, eine große Rolle in der Mannschaft oder in dem Spiel. Wir sind nicht viele Vereine in der Oberliga, die das Potenzial hat wie Hannover. Die Fans natürlich bundesweit, wenn man sagt Hannover Indiens, die wissen auch super Fans und die Unterstützung ist, 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 wow, das ist tough.